Wenn ich schaue, dass heute die Automobilwirtschaft, die ja doch sehr stark kapitalmarktgetrieben ist, heute die Transformation über die SUVs finanzieren möchte, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ob wir die Zeit noch haben, dass wir die Transformation hier über eben Fahrzeuge finanzieren, die sicherlich nicht stadtverträglich sind und sicherlich auch nicht verträglich mit den Klimazielen von Paris. Das Thema meines Impulses und unseres Diskussionsbeitrags nachher ist es ja der Umbau einer Schlüsselindustrie. Und als ich das Thema bekommen habe, habe ich mich erst mal gefragt, was ist denn die Schlüsselindustrie heutzutage? Früher wäre es klar gewesen, die Schlüsselindustrie ist die Automobilindustrie, die Produktion von Autos. Heute, wenn wir uns über das Thema unterhalten, ist es doch etwas anders. Ist es die Digitalwirtschaft? Ist es die Batterietechnologie? Was ist denn nun tatsächlich die Schlüsseltechnologie, über die wir uns heute unterhalten? Und spannend finde ich auch, dass, wenn Sie heute aktuelle Artikel zu dem Thema lesen, so Erkenntnisse finden, wie der Mensch bewegt sich so ein bis zwei Stunden am Tag. Mehr ist ihm nicht zuzumuten und mehr mag er auch nicht, weil er möchte auch noch ein paar andere Dinge tun. Man liest so Dinge heute in Artikeln wie, das Auto ist ein Stehzeug. Ja, 99 Prozent seiner Lebenszeit steht das Auto. Ist es Materialeffizienz? Ist es überhaupt wirtschaftlich und effizient, ein Privatauto zu fahren? Ich habe vor 30 Jahren meine Diplomarbeit hier in Berlin gemacht, aus München kommend zum Thema Carsharing, weil ich mir damals schon gedacht habe, irgendwie für manche Fahrten braucht man ein Auto, ist es auch sinnvoll. Aber müssen unsere Städte denn tatsächlich so viel Raum dem Auto zur Verfügung stellen und müssen sie denn tatsächlich so viel auch diesen gesundheitsschädlichen Belastung ausgeliefert sein? Und bevor ich jetzt über ein paar Megatrends sprechen möchte und über, denke ich, wichtige Positionen und wichtige Impulse für die Automobilindustrie, möchte ich doch nochmal ganz kurz doch in Erinnerung rufen, dass wir doch sehr häufig eine städtische Brille aufhaben. Auch ich bin eine Städterin und habe eine städtische Brille auf und aus einer Sicht einer Städterin tut sich gerade unheimlich viel in der Mobilität. Es gibt unheimlich viele Mobilitätsdienstleister, ich denke an DriveNow, an Uber, an andere Carsharing-Projekte, an Berlkönig hier in Berlin, an die Dreh-Troller, die jetzt gekommen sind. Also Mobilität ist sehr vielfältig geworden. Wenn man aber die nackten Zahlen anschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus, ob sich denn tatsächlich in der Mobilität so viel tut und wie sieht es denn mit den Zulassungszahlen der Autos aus. Vielleicht zunächst mal, ich finde, es gibt immer zwei sehr unterschiedliche Sichten auf Mobilität. Die eine Sicht aus der Stadt hat Mobilität sehr, sehr viel gleich mit Lebensqualität zu tun, mit gesunder Luft. Es hat damit zu tun, ob man Platz für andere Dinge hat, wenn man sich intelligent organisiert. Auf dem Land und vor allem auch im großstädtischen Umland sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Und da habe ich Ihnen und Euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Wenn man mal schaut, wo die Bevölkerung tatsächlich lebt, stellen wir fest, dass über 70 Prozent in Städten unter 100.000 Einwohner leben und sogar 40 Prozent in Städten unter 20.000 Einwohner. Und wenn ich mal schaue, was da die letzten Jahre passiert ist, was jetzt die Entwicklung der Mobilität angeht, dann muss man einfach feststellen, dass sehr wenig passiert ist. Letztendlich haben wir im Stadt-Umland-Bereich tatsächlich noch ein Schienennetz aus der Kaiserzeit. Zum Teil ist ein zweites Gleis dazukommt, zum Teil ist es ein bisschen was elektrifiziert worden. Aber nüchtern betrachtet ist tatsächlich nicht wirklich was passiert. Ganz im Gegenteil, wir stellen fest, dass die Mobilität gerade auch im ländlichen Raum viel disperser geworden ist. Die Pendlerstrecken sind länger geworden. Die Menschen haben längere Wege zur Arbeit. So sind in den letzten zehn Jahren allein die Pendlerwege von 14,6 Kilometer auf 16,8 Kilometer gestiegen. Und wir müssen einfach mal nüchtern feststellen, dass die ganzen Sharing-Konzepte und so weiter bislang im ländlichen Raum noch überhaupt nicht ziehen. Warum sage ich das Ganze? Ich sage das Ganze, um zu verstehen, warum die Verkehrsleistung gestiegen ist. Sie ist tatsächlich in den letzten Jahren noch mal enorm gestiegen. Und die ganzen Kompensationen, die wir in der Technik erreicht haben, um die Fahrzeuge effizienter zu machen, wurden durch die Fahrleistung kompensiert. Und deswegen haben wir heute noch, dass der Verkehr eben zu 20 Prozent für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gar nichts getan. Und betrachten wir nur mal die Privathaushalte, dann sind sogar fast 27 Prozent der Emissionen, die auf den Verkehr zu verzeichnen ist. Also wir haben hier noch einen ganz, ganz großen Weg vor uns. Und ich möchte das erste Statement von mir schließen, dass eben das Rückgrat der ländlichen Bevölkerung heute tatsächlich noch das Automobil ist. So, wie sieht jetzt nun der große Sprung aus? Was passiert im Mobilitätsbereich? Welche Trends sind erkennbar? Und wenn man mal mit den Verkehrsforschern sich befasst, dann sieht man, dass es letztendlich vier Megatrends gibt, die uns gerade im Verkehrsbereich sehr vorantreiben. Das ist zum einen das Riesenthema Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich muss hier nicht sagen, dass wir für Riesenklimaherausforderungen stehen, dass wir vor Treibhausgas CO2-Emissionen drastisch reduzieren müssen. Und wie gesagt, der Verkehr gerade in den Städten, was das Thema Luftqualität angeht, hat hier eine ganz zentrale Bedeutung. Das zweite Megatrendthema ist die Urbanisierung. Die Urbanisierung, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Menschen in die Städte drängen. Allerdings wächst auch das Stadtumland. Das ist genau der Bereich, von dem ich vorher gesprochen habe, wo wir eben immer noch keinen guten Schienenverkehr großteils haben und wenig tragfähige Mobilitätskonzepte. Die Urbanisierung führt dazu, dass der Platz eben immer enger wird, dass wir sozusagen Konkurrenzen haben, dass wir Funktionskonkurrenzen haben und dass es in Zukunft darum geht, wer wie viel Platz in der Stadt bekommt. Dritte Megatrend ist das Thema Individualisierung. Und das finde ich jetzt nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir stellen fest in der Verkehrssoziologie, dass eben je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto individueller wird sie. Wir stellen gerade bei der jungen Bevölkerung fest, dass sowohl eben Trends, also Trends zur bewussten, lebenswerten Stadt, zur ökologischen Stadt einhergeht mit einem Lebensstilmodell, das doch sehr stark auf Flexibilität, räumliche, zeitliche Flexibilität einhergeht. Und das Ganze führt dann dazu, dass letztendlich der Fahrzeugbesitz als eine Flexibilitätsbremse wahrgenommen wird. Und man stellt ja auch immer mehr fest, dass junge Menschen eben heute lange nicht so den Motorisierungsgrad aufweisen als noch meine Generation. Als ich 18 geworden bin, da merken wir gerade bei der jungen städtischen Bevölkerung enorme Verschiebungen. Ja, und der vierte Trend, das ist, glaube ich, der Trend, der uns am meisten bewegt, das ist das Thema Digitalisierung. Und ganz ehrlich, wenn ich Mobilität und Digitalisierung zusammendenke, dann weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich anfangen muss. Da geht es um die Automatisierung, da geht es um neue Produktionsformen, die eben auch durch Digitalisierung entstehen. Da geht es um das Thema Verkehrsvernetzung, ja. Wir haben viel mehr die Möglichkeit, uns jetzt aktuelle Verkehrsinformationen zu holen, uns zu informieren, wo steht ein nächstes Fahrzeug, wo steht der nächste ÖV, wo steht das nächste Bike, wo steht das nächste E-Bike. Und wir haben die Möglichkeit, eben auch durch diese Daten, eben auch die Simulation und so weiter, eben weiter voranzutreiben. Also ich denke, die Digitalisierung, dieser Trend ist der wesentliche Trend, der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Mobilität vorantreiben wird und eben zu neuen Angebot- und Nachfragestrukturen führen wird. Ja, und die Mobilität wird immer bunter. Und ich denke, wenn wir jetzt mal wieder auf die Automobilindustrie schauen und auf die Autos, stellen wir eben fest, dass die Autos elektrisch werden, sie werden, auch die Autos werden vernetzter, automatisierter und es finden Sharing-Modelle statt. Viele Verkehrsplaner und Verkehrsexperten sprechen deshalb auch von einer neuen Automobilität. Bevor ich jetzt auf die Industriepolitik und auf die deutsche Autoindustrie komme, möchte ich ein paar Trends und ein paar Treiber aufzeigen, die ich meine, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Zunächst mal Impulse und Entwicklung. Merken wir, dass das von neuen Regionen kommen, zum Beispiel aus China, zum Beispiel aus Kalifornien. Das ist das eine, das Thema eben der Antriebe, der Fahrzeugtechnologien. Es ist aber auch das Thema der Datennutzung. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Die Google-Tochter Weimo, die schon seit zehn Jahren am autonomen Fahren forscht, stellt fest, dass alle 18.000 Kilometer der Fahrer sozusagen in das System eingreifen muss. Ich habe mir mal die Zahlen für BMW angeschaut, Frau Brünning. Bei BMW ist es so, dass der Fahrer und die Fahrerin alle acht Kilometer eingreifen muss und bei Mercedes sind es sogar alle 2,4 Kilometer. Warum erzähle ich Ihnen das? Warum bringe ich Ihnen die Zahlen? Ich denke, es wird eindeutig, dass wir in vielen technologischen Entwicklungen, die eben weltweit zu verzeichnen sind, wir nicht mehr führend sind, sondern dass andere Regionen hier uns den Schneid abkaufen. Ich habe mir als im letzten Spiegel deshalb wurde die Frage aufgerufen, was ist ein mit Robotertechnik gesteuerter BMW noch wert ohne die Freude am Fahren und was bleibt vom Mythos Mercedes, wenn sein Herzstück, der Motor, durch einen elektrischen Antriebsstrang samt Batterie aus Südkorea ersetzt wird. Das sind die Fragen, die wir uns, denke ich, auch heute nachher im Plenum, im Panel stellen müssen und ich möchte mal ein Szenario aufbauen. Darüber können wir nachher diskutieren, ob das ein realistisches Szenario ist, aber ein Szenario ist, dass wir schon in weniger als 15, 20 Jahren die Städte dominiert sind von selbstfahrenden elektrischen Fahrzeugen, die eben nachts Güter transportieren und tagsüber die Sitze umgeklappt werden und eben autonome Fahrzeuge sind, die man bestellen kann und ordern kann. Das ist eine Frage, ob sowas kommen wird oder nicht. Ich würde es spannend finden, wenn wir das nachher weiter vertiefen. Fest steht auf jeden Fall, bislang war der Trend immer so, dass der Verkehr weiter gewachsen ist. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung und eine große Gefahr, wenn wir bequeme elektrische Fahrzeuge haben, für die man nicht mal mehr einen Parkplatz suchen muss, sondern die man ordern kann. Und deswegen ist es auch selbstverständlich und nachvollziehbar, dass eben Themen wie Mautsysteme, um dem Ganzen eben auch etwas Struktur zu geben und das Ganze auch etwas zu lenken, eben auf jeden Fall in den nächsten Jahren diskutiert werden wird. Es gibt Zahlen, dass der Verkehr um 30 bis 40 Prozent in den Städten wachsen wird durch autonome Fahrzeuge. Ich habe mir jetzt mal ein paar Treiber, über die ich denke, dass wir nachher darüber diskutieren sollen, herausgesucht. Ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch gar keinen Anspruch, dass das jetzt unbedingt immer die wichtigsten sind, aber ich will die Bandbreite aufzeigen, was sich zurzeit im Umfeld aus dem Verkehrsbereich tut. Das Erste ist, der erste Treiber, automobile Pionierräume. Wir stellen fest, ich habe es vorher schon mal gesagt, dass die Leittechnologien der Automobilindustrie heute nicht mehr ausschließlich aus Deutschland, Europa kommen, sondern vielmehr andere Räume dafür verantwortlich sind. Es ist China, es ist Kalifornien, es geht um Leittechnologien wie die Digitaltechnologie, aber auch die Batterie und das Akkumanagement, um die Automatisierung der Produktion. Und es geht darum, und das ist, glaube ich, die Kernfrage, dass wir uns damit beschäftigen, wie Mobilität der Zukunft aussieht, welche Mobilität nachgefragt wird. Und wir stellen fest, dass Digitalunternehmen aus China mit Tausenden von Rollern und Kickboards und sonst was in unsere Städte kommen, um letztendlich Daten zu sammeln, um letztendlich uns zu verstehen, unsere Mobilität zu verstehen, zu verstehen, wie der Mensch sich in Zukunft fortbewegen wird. Und dieses Know-how und dieses Wissen einsetzt, um eben entsprechend eben ihre Geschäftsmodelle auszurichten. Auch bei meinem zweiten Treiber möchte ich nochmal auf China zurückzukommen. Es wird, ich habe es neulich gelesen, China der Game Changer, der Mobilität. Hier geht es darum, dass erstens mal der Absatzmarkt der deutschen Autoindustrie sehr massiv in China stattfindet. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Von den elf Millionen Fahrzeuge, die von deutschen Herstellern hergestellt werden, wird die Hälfte heute schon in China produziert. Für den chinesischen Markt. Das heißt, der chinesische Markt ist auch Treiber, was unsere Automobile angeht. Interessant natürlich beim Thema Umweltstandards. Die Chinesen haben ein massives Problem in den Städten, was die Luftqualität angeht, was Smog angeht. Von daher eben auch ein Treiber. Und was ich bemerkenswert einfach finde und was bedenkenswert ist, ist, dass eben auch immer mehr ausländische Investoren in die deutsche Automobilindustrie investieren und auch so Einfluss nehmen auf die Automobilindustrie in Deutschland und in Europa. Es findet also eine Verlagerung des Machtverhältnisses im Wirtschaftsgefüge statt, so wie wir das in den letzten Jahren nie kennengelernt haben. Und ein letzter Treiber, den finde ich hochgradig interessant, und ich glaube, dass der in den nächsten Jahren nochmal ganz stark zunehmen wird, sind die Provinzen und die Städte. Und zwar, bisher galten nationale Vorgaben, es gab eben auch entsprechend Autogipfel, wie erst diese Woche am Montag hier in Berlin, wo eben die Automobilindustrie auch mitgeredet hat, wie denn die Entwicklung, wie die Standards, wie die Vorgaben weitergehen. Ich gehe davon aus, dass die Städte jetzt handeln, die stehen vor so großen, massiven Herausforderungen, dass die Städte handeln und dass die Städte und Kommunen und Provinzen zum Treiber werden. Ob man nach London schaut, nach Paris, nach Helsinki, nach Kopenhagen, nach Hainan, nach Los Angeles, San Francisco oder Amsterdam, Städte werden aktiv. In Deutschland zum Beispiel auch Hamburg. Hamburg hat ein Projekt gestartet, Hamburg Pakt 2025. Hamburg möchte Mobilität ausschreiben, dass man innerhalb von fünf Minuten in ein ÖV kommt oder an ein kollektives Individualverkehrsmittel. Das wird ein wesentlicher Treiber sein. Städte werden sich überlegen, wie sie überhaupt mit dieser ganzen Flut noch klarkommen. Und sie werden eben entsprechend Treiber sein. Übrigens auch zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften werden neue Treiber sein. Es gibt immer mehr Menschen, die ohne Privatauto leben. Es wird Mobilitätsstationen am Wohnort geben. Also es wird neue Marktplayer geben und es wird eben neue Treiber geben. Wenn ich jetzt in die Automobilindustrie schaue und die großen Veränderungen sehe, frage ich mich, ob denn die Automobilindustrie, die Vertreter der Automobilindustrie, sich tatsächlich auch die großen Fragen stellen, ob sie tatsächlich so groß denken, wie man heute, wie ich meine, denken muss. Es gibt für mich so zwei Welten. Ich bin schon lange, seit 30 Jahren, in dem Bereich tätig. Auch als Vertreterin der Münchner Verkehrsgesellschaft haben wir sehr viel mit BMW, mit Mercedes, mit VW gesprochen. Und ich habe festgestellt, schon vor 30 Jahren, dass es Menschen gibt, die sich diese Fragen stellen. Aber ich bezweifle, ob es tatsächlich der Großteil der Vertreter ist und ob tatsächlich diese Fragen auch mit der Ernsthaftigkeit tatsächlich angegangen werden, wie ich meine, dass man sich diesen Fragen widmen sollte. Ich denke, um den Markt zu verstehen, ist es gut, genau und groß zu denken, wie sich Städte entwickeln werden, wie sich Mobilität entwickelt wird. Und ich denke, es ist gut, groß zu denken. Ich mag daran erinnern, dass da Mercedes-Benz zum Beispiel mal bei ABB beteiligt war, Schienenfahrzeuge mitentwickelt hat. Vielleicht ist es auch wichtig, dass Automobilkonzerne sich über LKW und Busse und andere Mobilitätsformen Gedanken machen und sich Gedanken machen, wo sind denn die Geschäftsmodelle der Zukunft. Ich meine, wir müssen in Zukunft so groß denken. Und wenn wir eben schauen, es gab in Deutschland schon mal eine Industrie, die sehr getrieben worden ist, die Energiewirtschaft, die eben auch an alten Geschäftsmodellen, die gut funktioniert haben, festgehalten haben und die dann bitter erfahren mussten, wie solche Brüche, industriepolitische Brüche eben aussehen. Und wenn ich schaue, dass heute die Automobilwirtschaft, die ja doch sehr stark Kapitalmarkt getrieben ist, heute die Transformation über die SUVs finanzieren möchte, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ob wir die Zeit noch haben, dass wir die Transformation hier über eben Fahrzeuge finanzieren, die sicherlich nicht stadtverträglich sind und sicherlich auch nicht verträglich mit den Klimazielen von Paris. Die Frage ist, wo in Zukunft die Wertschöpfung stattfindet. Findet sie noch statt bei der Produktion von den Autos? Findet sie statt in der Digitalindustrie? Findet sie statt bei der batterieelektrischen Industrie, bei der Automatisierung, bei den Fahrdiensten? Ich denke, diese Frage und wir haben einfach einen bedeutenden Industriestandort, wenn wir sehen, wie viel hier in Deutschland in der Automobilindustrie beschäftigt sind, dann sollten wir uns dem Thema widmen. Wir haben 41 Montagestandorte hier in Deutschland. Wir haben fast eine Million Beschäftigte in der Automobilindustrie. Wenn wir die direkten und indirekten zusammenzählen, zählen sogar 1,5 Millionen Beschäftigten. Zwei Drittel aller Premiumfahrzeuge weltweit kommen aus Deutschland. Die Frage ist, ist das noch das richtige Geschäftsmodell? Und interessant finde ich auch, dass 70 Prozent des Marktes der deutschen Automobilindustrie in Städten stattfindet. Das heißt, die Zukunft werden die Städterinnen und Städter vorgeben, welche Art von Mobilität sie sich vorstellen, welche Art von Mobilität zukunftsfähig sind, letztendlich natürlich selbstverständlich mit den Pariser Zielen auch vereinbar sind. Zum Schluss möchte ich vielleicht einen Impuls noch geben, über was ich auf jeden Fall gerne nachher noch mal diskutieren möchte. Ich denke, eine ganz entscheidende Frage ist es, was es braucht, um die Transformation erfolgreich zu machen und vor allem die Transformation zu einer umweltfreundlichen Mobilität schnell hinzubekommen. Wir haben nämlich überhaupt keine Zeit mehr. Vielen herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank.